Willkommen zurück zu Deadline. Randall hat ihr gerade gesagt, das ist es. Das Finale. Das ist riesig. Da sitzt allerdings eine Wache vor der Tür beim Schauen. Ja, das ist es, wollte ich ja sagen, oder habe ich ja gesagt, also Stella ist hier. Dann sollten wir das auch erwähnt kriegen. Nur wenn wir das jetzt einschlagen, dann kommt der Tür. Ich habe mich angelockt. Ah, okay. Die Tür ist doch auf. Warum muss ich da denn jetzt mal noch was einreichen? Game Back. Ja, ich habe irgendwie alle Tasten mal gedrückt und ich komme hier nicht raus. Nein. Also musste man den, ja, durch die imaginäre Tür brechen wir noch mal durch. Das haben wir hier oben. Ah, der Rucksack. Das hoffe ich allerdings auch, weil Waffen könnte ich jetzt mal mit gebrauchen. Oh. Stella. Wir sind ja mitten im Stützpunkt von dieser New Army. Du bist schmutzig. Süße. Das heißt schon nichts Gutes für Stella. So. Ganz dezent. Mal eben kurz diese Klappe geöffnet. Bestimmt keiner gehört. Okay, ich kann nichts machen. Ich würde gerne gucken, was ich alles im Rucksack habe, aber was ist das? Ein Teil von Stellas zerfetzten Pulli. Nützlicher Hinweis. Oh. Jawohl. Wir sind es schon auf. Ich mache hier die Hand. Wir haben Sie zu decontaminieren. Ich bin gut. Ich bin weg, ich versuche es. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Sehr wichtig, du bist eine schöne Mädchen. Aber wir müssen sicher werden, dass es nicht uns verletzten. Die Klappe wird uns sicher. Du kannst deine Schenke. Oh, bitte. Wir versuchen es darum, es kommt. Das war's. Das, was wir auch schon gehört haben, alles eine große Lüge. Hier ist gar kein Sicherheitspunkt. Okay, achte schon. Jetzt kommt noch so ein Stealth-Level. Wir müssen jetzt mit Stella versuchen, hier irgendwie rauszukommen. Let's go. What was your favorite baseball team? Black Sox? Chub, dumbass. All the sales team are dead. Und dann kommt die Wache. Und dann kommt schon Stella. Mach, mach, mach. Mach, mach. Mach, mach. Mach, mach. Okay. Ich stelle an der Wand hochzuklettern. Mach, mach. Mach, mach. 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 Was mach ich denn? Du guck. Geh rein. Sehr schön. Oh shit. Über den Strom. Wahrscheinlich da oben über die Wand drüber springen. Hier kommen wir nicht durch. Oh. Das war... Ja. Ich wollte nur noch mal gucken, ob es Stella wirklich gut geht. Deswegen musste ich noch mal runter springen. Die Wache da hinten sieht uns nicht. Ah, ich bin nicht gelaufen. Oh, das sieht aber schon geil aus, oder? Und während wir noch akustisch sterben, fang ich wieder da hinten an. Das hat auch keiner gehört, dass diese ganzen Fässer da runterfallen. Oh man. Oh man. Okay, weiter geht's. Das ist doch noch Stella. Sehr gut. Nächster Versuch. Ist aber auch gefährlich für die Soldaten, oder? Nein, ich bin wieder nicht gelaufen. Oh man. Ich spiele das hier auch schon in einer Session durch. Jetzt gerade mal so... Wacht, das finde ich noch nicht. Oh, Stella schafft es nicht. Da das so unglaublich warm ist, flutscht der Controller. Ich spiele es mit dem Controller. Das ist einfach. Nur so durch meine Hände. Das ist so einfach. Das ist nicht einfach. Jetzt. Anlauf. Ja, geht das. Noch. Schnell. Auf dem Boden ist auch Strom, da kann ich überspringen, oder? Oh, der holt schon Verstärkung. Das ist nicht gut. Also Anlauf und rüber. Okay. Und nochmal das Ganze. Ah, ich starte von da. Das ist schon mal. Danke Spiel. Danke. Nein, das war es noch nicht. Ha. Ist das irgendwie ein Kraftwerk oder irgendwas, wo wir sind? Ja, da muss ja laufen. Okay. Schön schnell den Strom abschneiden. Let's go. Das Schloss knack ich mal eben Stella. Komm mit. Schafft dies. Da schafft es auf einmal alleine. Alcadia-Protokoll. Fluchtpläne der Militärbasis. Das ist doch gut. Aha, da ist also ein Segelschiff, was bereits steht. Dann gehe ich mal davon aus, dass das unser Ausweg hier ist. Der Generator. Der Generator. Der Generator. Damit stellen wir den ganzen Strom aus. Das wird spaßlich. Sagt sogar Rental. Oh oh. Katzi. Ah, jetzt können wir hier noch Zombies machen. Eieieieiei. Ciao. Ja, das sollten wir tun. Verschwindet. Lauf. Ach du Scheiße. Erschossen? Hab ich denn meine Waffen? Ja, ich hab meine Waffen. Hui. Ja, schnell. Laufen. Nein. Was mach ich denn? Oh Scheiße. Das war blöd. Tja, Stella tut mir leid. Ich bin in einem besseren Ort. Schieß. Schieß. Wenigstens wartet der Type. Äh, äh. Auffällig lange. Noch ein Typ. Noch ein Typ. So, dahinter waren auch nochmal zwei Guys. Schieß. Waffe leergeschossen. Moments, Stella. Ich muss erstmal nachladen. Ich muss erstmal. Ah. Sechs Patronen. Sehr gut. Kann nochmal? Noch mal? Nochmal? 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 Das dürfte erstmal rechnen. Okay. Okay. Nicht Stella erschießen. Gut. Dahinten kommt schon die Zombies rein. Versuch uns zumindest. Was haben wir hier? wird nicht angezeigt steht das schilder haben noch mal so dass nein macht die tür weg slow motion time nein nein wo muss ich jetzt anfangen nein das ist ja von ja ja ich bin ja da die anderen sagen jetzt scheiße da war ich nicht schnell genug schnell meine hände in meinem trocken machen lauf 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 wirst du den sprung der wenigstens einmal schaffen hier kommt noch ein typ jetzt hänge ich hier an dieser stelle fest ist das ja lame ich gehe mir jetzt aber ganz viel möglich wirklich jetzt eben war nur weil ich das jetzt mal nochmal kann ich nicht durch jetzt jetzt nein der geschossen nachladen ja ich glaube das ist aber stark nach finale deswegen wird hier wahrscheinlich auch soll man das in einem flow durchspielen damit die flucht so dramatisch wie möglich ist und ich weiß nicht wie lange wir jetzt hier noch durchhalten müssen jetzt konzentrieren war also so ein typ laufen so jetzt laufen steller läuft zeit und schieße weg sehr gut mach die tür da kommen jetzt die zombies und diese scheiß tür geht im zeit und tempers hoch ich bin leer geschossen lass mich rein ich bin leer geschossen nein nicht jetzt auch noch sterben geh rein du kannst ja doch durch aber ich glaube auch noch mehr an jetzt gehen wir mal hinter dir jetzt jetzt aber jetzt gehen wir rein ja ich mache an der stelle erstmal einen cut wir sehen uns im nächsten part wieder bis dahin macht es erstmal gut leute tschüss